Ab Mai gehen Sportfreunde Stilla auf große Tour. Davor spielen sie ein exklusives Kabel-1-Kneipenkonzert in München. Mit ihren Hits sowie Songs aus dem aktuellen Album Jeder nur ein Kreuz. Hallo, wir sind's, Sportfreunde Stilla und... Ihr könnt Karten gewinnen für unser Kabel-1-Kneipenkonzert. Wir freuen uns auf euch. Es wird Wahnsinn. Bis dahin, auf Wiedersehen. Seien Sie mit etwas Glück dabei. Vielen Dank.